Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute möchte ich euch das neue Skywars Update auf gomahd.net vorstellen. Es gab einige Änderungen und die werden wir jetzt einfach mal durchsprechen und im Hintergrund seht ihr ein Gameplay, was im Stream entstanden ist und ja, wir fangen einfach mal direkt an und zwar mit dem Map-Pool. Es wurden einige Maps entfernt, aber auch neue hinzugefügt, nämlich zwischen gestern, also Dienstag und Montag, dem 22. Juli, kommen insgesamt ein paar neue Maps hinzu, nämlich Ice Cream, Phobia, Lyvia, Tropia, Arcadia, Lyaka, Colorado, Stonehenge und Piggy Town. Außerdem gibt es auch eine neue Teamgröße, das heißt es gibt jetzt 4 Runden in 2x4, 4x4 und 8x4 und da gibt es ebenfalls neue Maps und zwar Afrakon, Beskin, auf der wir jetzt gerade spielen, Ash, Celera, Chiaro, Dork, Eflux, Flurisch, Gox, Harbo, Inflex, Plantius und Tavastia. Echt interessante Namen auf jeden Fall und hier ist gerade ein Typ unsichtbar. Wie schön, aber man sieht halt, wo er langläuft, ne? Man muss ihn halt nur noch finden. Ah, da hinten ist er, gerade kurz gesehen. Ähm, außerdem wurden auch die Kids, äh, überarbeitet. Es wurden nämlich Kids entfernt und bei jedem Kids, das entfernt wurde, äh, was ihr besessen habt, äh, habt ihr die Coins wieder zu 100% zurückgekriegt. Außerdem gibt es auch, äh, zwei neue Kids und zwar EW und SG für jeweils 100.000 Coins und bei der Teamauswahl gibt es ebenfalls ein Update und zwar werden jetzt, äh, halbvolle Teams orange angezeigt. Also vorher war es ja so, dass, äh, Teams, die nicht voll waren, waren weiß, volle Teams waren rot. Jetzt ist es neu so, dass leere Teams weiß sind, äh, halbvolle Teams, also ein bis, äh, also ein Spieler bis mindestens, äh, einer weniger als die maximale Teamgröße, äh, ist dann orange und wenn das Team voll ist, ist es dann rot. Genau, ich glaube, das wären mehr und weniger auch schon fast alle Updates so in ganz, ganz schneller Fassung. Ähm, alles andere, alles weitere seht ihr auch nochmals im Ankündigung-Thread im Forum. Ich werde den jetzt hier mal ganz kurz ein bisschen einblenden und, äh, da stehen alle Änderungen auch nochmals, äh, super drin von NoNex aufgelistet. Lest euch das auf jeden Fall durch. Spielt das selber mal, probiert es mal aus. Ähm, bei mir hat das gestern im Livestream nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, teilweise einfach so runtergefallen, enorm aufgekillt worden. Die vierer Runden waren jetzt nicht so, äh, mein Favorit, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Also, ich persönlich finde diese neue Teamgröße jetzt gerade nicht so cool, weil in 2x4 hattest du so viele Schwitzer- und Push-Up-Partys drin, ähm, die auch, äh, echt, äh, ja, halt Skywars-like gespielt haben, ne? Und, äh, naja, in den anderen Runden ist es halt so gewesen, wenn deine Mates gestorben sind, hattest du halt gar keine Chance mehr, weil im 4-Team kriegst du halt nicht down. Und, äh, 2x4 war es dann teilweise auch so, dass ich, äh, zu zweit alleine gegen vier, also zu zweit gegen vier Leute war und so weiter. Aber naja, bildet euch selber ein Bild davon, auch von den neuen Maps. Ich finde zumindest die neuen Maps echt mega cool. Und, ähm, ich bin ja allgemein nicht so, dass Skywars-Spieler ist, muss ich mir ja auch dazu lassen. Hatten wir ja schon im Pre-Intro gesehen, glaub ich. Der war schon wieder unsichtbar, war nämlich wieder gleiche Spieler. Aber, naja, bildet euch selber eine Meinung, äh, spielen könnt ihr das Ganze auf, gomma-hd.net, dann zu Skywars gehen und dann ist rechts sind jetzt die vierer Runden noch da, wo früher auch noch dreier Runden waren. Und wir spielen jetzt noch ganz kurz diese Runde hier fertig. Bedanken möchte ich mich noch bei der Umsetzung, äh, bei Lukas81298 und HPG, welche das hier, äh, tatkräftig umgesetzt haben und ebenfalls bei sämtlichen Bildern, die, äh, die neuen Maps gebaut haben. Genau. Und damit wären wir langsam aber sicher auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Nämlich dieses Wochenende kommt ein echt cooles Video. Müsst ihr auf jeden Fall sehen. Ich hoffe, ihr seid da wieder dabei. Und ich hoffe, euch hat dieses kurze, aber informative, äh, Video zum Skywars-Update gefallen. Dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann und bis dann. Tschüss.